Heute mit einem neuen Konto aus Rostock, ein neuen Account theoretisch aus Rostock. Hier der Ausblick aus meinem vierten Stock. Ja, vier Stöcke wohne ich auch. Für mich ist hier zu hoch. Aber naja, auch egal. Auf jeden Fall versuche ich diesmal mehr Abonnenten zu kriegen. So wie mit meinem eigenen Account hatte ich ja gar keinen Abonnenten mehr zum Schluss, obwohl ich jeden Tag ein Video rausgebracht habe. Ich werde übrigens jetzt auch Minecraft rausbringen, genauso wie GTA 5. Ich werde auch irgendwann laut Kommentaren, könnt ihr mir reinschreiben, ob ich mal Formel 1 machen soll oder Gran Turismo 5 und so weiter. Die restlichen Spiele werde ich euch irgendwann nochmal sagen. Auf jeden Fall, ich zeige euch hier eher nur die Natur. Naja, das ist halt Rostock hier. Also in der Ecke auf jeden Fall in Lichtenhagen. Also mich werde ich erstmal noch nicht zeigen. So wie auf meinem alten Account. Wenn ich mir Abonnenten habe, 100 oder so, dann werde ich mich vielleicht auch mal vor der Kamera zeigen. Ja, das ist auf jeden Fall hier eine schöne Aussicht, muss ich wirklich sagen. Werde ich später erfolgreich viele Abonnenten habe, werde ich auch mal auf Reisen gehen, euch was zeigen, das und das machen. Auf jeden Fall, boah, werde ich auch mal Strandvideos posten und so weiter. Ja, es ist auf jeden Fall schön hier ein Rostock. Ich habe einen Twitter-Account, ich habe einen Instagram-Account. Das werde ich ja alles noch in der Videobeschreibung sehen. Oder auch nicht, falls ich noch nicht weiß, ob das geht. Und wenn, dann werde ich es in der Videobeschreibung sehen und naja, wir sehen uns dann, wenn ich ein paar Abonnenten habe. Bis dann und schau schau. Ciao! Ciao!